So, hallo, wir jetzt machen weiter bei, ähm, ähm, Mario's Kitas 12. Das letzte Mal haben wir mit dem Double Jump einiges geholt. Ne, wir haben nicht, ne, 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 haben wir gar nicht. Wir haben hauptsächlich den Urgent Level gemacht, der furchtbar war. Und jetzt können wir übrigens hier ja auch weiter, hab ich ganz vergessen. Denn da kann man jetzt ja hier unten durch. So ist das dann nämlich gedacht gewesen. Da schau mal einer, guck. Nö. Ja, cool, jetzt ist er weg. Gib's mir nochmal. Danke. Aha. What the fuck? Okay, einen ganz kurzen Moment, bitte. saying. Okay. 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 Ah, so, Entschuldigung. Ähm, gut. Ja, hier oben stehen ist jetzt etwas ungünstig, kommt mir gerade. Nee, ist es gar nicht. Ich habe gelogen. Hä, Moment. Wozu? Das ist nicht so gedacht. Das ist nicht so gedacht. Aber es muss so gedacht sein, weil ich kann von hier unten doch problemlos... Dann brauche ich die Shelter doch gar... Ähm... Keine Ahnung, was das sollte. Whatever. Moderator Fortress. Red... Achso, Reset. Reset-O. Okay, wir brauchen erst den Pie... Wobei... Hehe. Ja, jetzt komme ich nicht raus. Nee, dafür ist es... Ich glaube, dafür wächst er zu schnell. Nee, doch, ich komme durch. Cool. Nein. Nein. Dann kann ich das sein. Nicht ganz... Ja. Na gut, lassen wir das. War ja nur ein Versuch. Äh, fuck. Dann drücken wir ihn halt hier unten. Nein. Nein. Dann drücken wir ihn halt hier unten. Ich brauch kein Problem mit. Ja gut, ist klar, was ich hier tun soll. Ach, das ist... Das kann ich doch nicht wissen, dass das so ein Block ist. Dann hätte man dafür eigentlich auch nochmal den P-Switch gebraucht, damit man hier durch kann. Oder wir nehmen den zweiten. Vielen Dank. Na gut, dann eben so. Wirklich. Ich stelle mich gerade schon ganz schön dumm an. Sorry. So, besser. Jetzt habe ich die Münze da oben nicht weggenommen. Danke. Jetzt habe ich die Münze da unten nicht weggenommen. Ich weine gleich. Alter. Ich. Möffis Gesetz tut hier gerade mal wieder... Alter. Wahnsinn. Was mache ich denn hier für einen Schwachsinn? So. Holy shit. So. Nix anders als das wollte ich. Äh. Scumbag Conan mal wieder. Ja. What? Ja, cool. Das sieht irgendwie nicht gesund aus. Aha, ich will den Pilz letztendlich. Hä? Ach, da oben. Wo kam der jetzt her auf einmal? Oh, weißt du? Warte mal. Möchtet man schon weinen. Soll der Typ hier runter oder was? Ich könnte natürlich hier bis runter scrollen, aber... Der soll das hier anstupsen. Ne, der soll das anstupsen. Ich weiß, schnell... ...ist du... ...ist der Typ. Danke. Ei, ei, ei. You persistent one. Let's have some fun. On the count of three, the floors you see will switch and shift, sending you to the rift. Ja, schon verstanden. Aber da du mir hier sowieso genug Plattformen gegeben hast, kann ich auf denen stehen? Ja, gut. Das wünscht überhaupt nichts. Ach, jetzt. Ach so. Was? Jetzt ja? Ach, okay. Das fängt jetzt erst an, weil man ihn oft genug getroffen hat. Von mich so aus, ja. Bin auch wieder zu blöd hierfür. So. Tschüss. The king. Will we be all right? Have no fear, young one. Once Mario arrives, he will surely aid us. Aye. So sieht's aus. I guess. Moderator summit. At last we can finally speak to each other. Face to face, Mario. I am King Lamentando. Mario. And this is my assistant Loki. Loki. We must be brief, as I am sure you have noticed breaking that seal in the jungle has given Grazioso the chance to escape Finn and begin his assault on Melodia. I am sorry Mario, aye, but it is your fault that Finn and Melodia are now linked. That means it is up to you to sever, 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 sever the connection. You have two tasks. Zwei Aufgaben. The first is to fix the ravaged bridge to the mountain castle. This bridge was transported to Finn along with other objects from across Melodia. I can teleport you to Finn from here. Once you find the bridge, I will call upon the power of the key spirits who reside with you. Aye. They will be able to bring you back to Melodia. Just please be on guard in there. And that's the second. We are now directly there. 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 Okay. Yeah, cool. Discord Wasteland. That's also the second one of these levels. Where we are currently somewhere else. So, ganz somewhere else. Okay. Nein. Nicht okay. Wo-wo-wozu ist der Teil hier hinten? Wenn die Röhre da nicht mehr funzt. Wahrscheinlich kommt man da auch mal wieder raus. Die funzt. Das sieht voll cool. What? Das heißt... Your body suddenly locks up as the world fades to blackness. Unless you know the correct path, it is unlikely that you will proceed. Oh. Okay. Ich gebe mir zwei Versuche, das zufällig richtig zu machen. Ah, okay. Das war das. Das sind schon sehr viele Varianten. Wir haben vier Möglichkeiten. Vier mal. Also vier mal vier. Rechnet's euch aus. Between four poles, between two ledges, the key is the key itself. Offer it to the depths of Finn to reach the final leg of this quest. Der Schlüssel ist der Schlüssel selbst. Kriege ich jetzt hier irgendeinen Hinweis darauf, wie man da oben durch... Ah, hier. Also drei, zwei, vier, eins. Drei ist das da. Zwei. Vier. Eins. Sechs. Die key ist die key itself. Woah, what? Ach, da kam das Ding raus. Die key ist die key itself. Also muss ich den da oben hinbringen, ja? Ist das hier das Schlüssel? Nee. Ach, to the depths of Finn. Ja, hier. Tschüss. Das war nicht so gemeint. Das war nicht das, was gemeint war. Vielleicht... Vielleicht war was anderes gemeint. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, das ist was anderes. Ach, da hinten. Nur da hinten. Weil da ist ein Schlüssel im Boden. Oder auch nicht. Ach so. Tschibis. Was? Also mit Mario zusammenhauts nicht hin, aber ohne Mario geht das. Okay, von mir aus. Ja auch immer. So ein Peace Witch wär ganz nett, danke. Okay. That must be it. Hold on tight, Mario. I will transport the bridge and you back to mellow. Wait! No! Da ging nur was schief. Ah, dear Lamentando, you should know better than to meddle with the... With the forever realm. Ach, god. I control everything here. As for you boy, I want you not to meddle. Hört auf zu meddeln, Leute. Hört auf zu meddeln. Das geht gar nicht. But here you are anyway. Now what in my keep for eternity. Haha. Oh, god. Ist auch voll der Hater. Ah. Will Mario escape the current land of wind? What will become of Boathoven? The quest concludes in the final world. Was? Wait. Da ist der Hack zu Ende. Ja. Schön. The quest will continue. Nix continued. Was ist denn dann hier jetzt eigentlich? What? 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 Also was das? Ja, aber haben wir 51? Wir haben 51. Wir haben 51. Wir haben 51. Wir haben 51. Uff. Music madness. Is it... Or is it... Does our... Oof. We have a massive Saudi Arabia? He wants to close the world. What? Come on. Oh no. Oh no. Do we have a fan. Ya, so. Oh no. Das Level ist irgendwie cool. So, like you already beat the demo. Are you one of those crazy completionists who has to find every secret in every game they play? Well, you found a generic easter egg message. Now go waste your life elsewhere. Okay. Okay, ähm... Wir haben aber noch eine Sache zu erledigen. Und zwar, ihr wisst es doch. Das da hier... Wir brauchen halt immer noch... Wir brauchen alle acht Stück. Wo stand das denn? Hier in der Achtwanze, oder? Genau. Hey, Jeopardy Wombs. Welche haben wir und welche haben wir noch nicht, ist die große Frage. Also... Hier ist keins. 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 Hier ist eins, das hatten wir aber, oder? Ja, das hatten wir. Das war das da. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich es gespeichert habe. Ja, und so wäre man dann übrigens hier eigentlich hochgekommen. Ohne den Koopa zu nutzen. Aber das konnte ich ja damals nicht wissen, dass es sowas wie einen Doppelsprung hier auf einmal gibt. Der Fug. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich das damals gespeichert habe, weil ich mich dann in den Abgrund gestürzt habe. Ich mach's lieber einfach gerade nochmal. Es ist halt echt schade, dass es nirgendwo anzeigt, ob man die gemacht hat oder nicht. So. Hier ist keiner. Da ist auch jeweils keiner. Nein, okay. Da ist auch keiner. Da ist einer. Haben wir den gemacht? Tach, wenn ich das jetzt wüsste. Oh Gott, jetzt darf ich alles nochmal ablaufen, oder was? Aber gut, die Level waren noch nicht sonderlich lang. Doch, ich glaube, den haben... Oh, ich weiß es nicht mehr. Scheiße, aber ich weiß, wo er war. Glaube ich. Das eine war der richtige Weg und das andere war der, der zu dem Ding geführt hat. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welches welches ist. Da wir aber mittlerweile den Double Jump haben, wird das hier alles etwas schneller gehen jetzt. Praktischerweise. Oh ja, das mit dem Double Jump ist natürlich jetzt hervorragend. Da brauche ich nämlich die ganze Springboard Scheiße nicht holen. Ich glaube, ich habe hier die nicht kaputt gemacht. Ich glaube, wir sind direkt weiter gelaufen. Kann das sein? Ich denke fast ja. Ich bin hier nicht durch. Nein, ich bin hier nicht durch. Doch, das war ja richtig. Das war nämlich so, dass man durch den Shepardy rumgekommen ist und dann trotzdem den Boss machen konnte. So war das nämlich. Wir kontrollieren das kurz nochmal. Dann habe ich aber den Shepardy rum definitiv geschafft. Wir kontrollieren das nochmal kurz. Aber ja, das war genau so war das. Ach. Oder? Shepardy rum? Yes. Dann müssen wir den eigentlich auch geschafft haben, oder? Ja. Ja, aber den können wir einfach schnell nochmal machen. Der tut jetzt auch nicht weh. Fall halt nicht runter. So. Okay. Dann haben wir den auch. Ach. Ich glaube, den hatten wir schon. Das ist meine Befürchtung. Andante Freeze Cave. Da gibt es auch einen. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Das war das Level. Haben wir den gemacht oder nicht? Nicht. Das soll ich jetzt alles wieder wissen. Ihr seid lustig. Ich würde fast sagen ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Das war hier mit der Rakete, ne? Also neben mit dem Teleport und den Kristallen. Richtig. Erst nochmal zurück. Das Ding hat halt auch noch so zusätzlichen Secret Exit gehabt. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht mehr, was was ist. Das hier war das Secret Exit. Da kann nichts mehr sein. Da komme ich auch nicht drüber oder so, ne? Ne. Da komme ich nicht dran vorbei. Dann kann es ja nur hier oben sein. Hätte man das ruhig auch, glaube ich, so machen können, dass man die Kristalle schon hatte, wenn man es einmal gemacht hat, oder? Das ist ja Yoshi Coins. Kann man da nicht einfach sagen, die gab es schon? Meine ja, aber nicht so sicher. Ja. So. Ansonsten wüsste ich ja nicht, wo hier ein Exit sein sollte. Zack. Und dann kam ich hier raus. Ach ja, und da oben war das dann. Genau. Habe ich das gemacht, ist jetzt die andere Frage. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich habe gesagt, nö. Chapter Tiro machen wir nicht, weil... Habe ich... Ich weiß es nicht. Ich denke nicht. Weil ich wollte, glaube ich, das Level beenden. Weil ich das ja eh hätte... Ne, das Schlüssel wäre dann ja weg gewesen. Habe ich das gemacht oder nicht? Keine Ahnung. Nein. Nein, das habe ich nicht gemacht. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe kein vertikales von diesen Dingern gemacht. Äh, horizontales. Äh, doch, ne, vertikales ist schon richtig. Ne, das haben wir nicht gemacht. Okay. Sehr schön. Genau. Weil ich dann... Weil ich dann irgendwie dachte, man kommt aus dem Level raus. Aber jetzt ist das gar nicht wahr. Hallo? Enter? Danke. Ähm... Hier ist keins, hier ist keins, hier ist keins, hier ist keins. Da oben... War auch keins. Haben wir jetzt vielleicht zufällig schon alle? Damit. Hier ist keins, hier ist keins. Hier ist eins. Oh nein, war das das... Bitte nicht. Was war das Level? Haben wir das hier gefunden oder nicht? Ach, was ich alles wieder wissen soll. Wir könnten ja mal hier gucken... Ob hier eine Tür irgendwo auftaucht. Ich glaube, hier drin haben wir den Pieswitsch nie gedrückt. Hier unten nicht. Aha. Alles klar, das hatten wir auch nicht. Gut, das brauchen wir nicht. Wir haben unseren Doppelsprung. Der sollte ausreichen. Yep. Oh, wait! Ich brauch das von da drüben. Scheiße. Stop! Stop! Okay. Okay. Das war knapp. Meine Enter-Taste will manchmal nicht. Danke. Haben wir jetzt alle? Hier geht's nicht weiter. Staccato Eastwood. Ja, ja, ja. Staccato Eastwood. Hier komme ich gar nicht rein. Okay. Das war, glaube ich, der richtige Weg, ne? Ne, das führt mich hier unten wieder raus. Ups. Hallo, Taste! Ich habe meinen Doppelsprung verloren. Jetzt ist er wieder da. Wow, was war das denn gerade? Merkwürdiges. Okay, wir wollten ein P-Switch. Also, der erste Teil, da kann schon mal nichts sein. Das ist alles, das ist alles Standard hier. Hier kann nirgendwo was sein. Naja, gut. Es könnte ne Tür auftauchen. Ah. Ja. Sch- Fuck. Tatsächlich. Fuck. Das gibt's ja nicht. Also, das hat er dann gern gemacht. Wenn irgendwo ein P-Switch war, hat er stattdessen ne Tür auftauchen lassen, bevor es weitergeht. Oh boy. Hä? 67? Hä? 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 67? Hä? 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 What? Geht das da drüben weiter oder so und scrollt nicht? Ja, da geht's doch weiter. Da ist doch, da ist doch hier, da ist doch, da ist doch was gebaut. Ja, pfff. Böp, du mich auch. Was soll das denn jetzt? Das sieht doch aus, wie wenn's da drüber geht. Hier unten sind auch keine Münzen. Hä? What? What? Wieso sind's jetzt 75? Was? Hä? Welche Münzen hat's denn da nicht gespawnt oder nicht gezählt oder doppelt oder... Was? Bin ich... Bin ich komplett bekloppt geworden? Geht's jetzt? Ach so, die alten Classic Tracks. Da kommt also alles drin. Ja gut, aber man kann's nicht mal aussuchen. Das ist nicht so schön. Okay, aber wir haben jetzt, glaube ich, wirklich alles gemacht, was man machen kann in der Demo. Mehr davon wird's leider nicht geben, weil der Hack nun mal nicht fertig ist. Und nie fertig werden wird. Schade. Der hat mir insgesamt gut gefallen. Ein paar Level waren nervig, aber naja. Insgesamt hat er mir schon gut gefallen. Ja, weiter geht's dann in dieser Stelle mit einem Hack von Robchoo. Der hat sich nämlich wieder herangesetzt und was gezaubert mit einem unglaublich coolen Titel. Naja. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Ja, wie gesagt, nächster Hack ist der von Robchoo. Und tschüss.